Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Video beschäftigen wir uns mit folgenden Fragen. Wie können sich Ihre Teilnehmerinnen für Online-Termine anmelden? Wie kann die Teilnahme überprüft und auch bestätigt werden? Und welche Tools zur Evaluation gibt es? Die digitale Transformation eröffnet uns neue Möglichkeiten und Formate. Dazu benötigen wir auch neue Verwaltungsabläufe. Wir haben uns bei unserer Recherche auf kostenfreie Angebote konzentriert, beziehungsweise solche, die DSGVO-konform sind. Sehen wir uns zunächst an, welche Möglichkeiten es zur Anmeldung gibt. Wir möchten Ihnen zum einen die Kursanmeldung mittels Online-Formular vorstellen und zum anderen die Online-Kursverwaltung mit Event-Management-Software. Für die Kursanmeldung mittels Online-Formular erstellt ein Anbieter für Formular-Software, in unserem Fall hier Easy Feedback, ein Formular. Dieses Online-Formular wird für Anmeldungen angelegt. Die gesammelten Daten werden anschließend ausgelesen und mit Office-Programmen weiterverarbeitet. So können Bestätigungs-Mails, Anwesenheitslisten oder Teilnahmebestätigungen zum Beispiel als Serienbriefe erstellt werden. Diese Lösung bringt folgende Vorteile mit sich. Es entstehen keine Kosten für neue Software. Für die weitere Bearbeitung können gängige Office-Programme verwendet werden und die Kontrolle über die Daten bleibt beim Kursanbieter. Die Nachteile dieser Lösung? Die Daten aus den Formularen müssen manuell weiterverarbeitet werden und der Zahlungsprozess muss separat abgewickelt werden. Die zweite Möglichkeit zur Online-Kursverwaltung bietet eine Event-Management-Software. Diese Software nimmt die Anmeldungen online entgegen, schickt ein Bestätigungs-Mail und generiert im besten Fall auch eine Teilnahmebestätigung. Die Vorteile dieser Lösung liegen darin, dass mögliche Fehlerquellen reduziert werden, die Zahlung direkt bei der Anmeldung mit abgewickelt werden kann und Sie sich Zeit ersparen, da eine erneute Bearbeitung der Daten in anderen Programmen entfällt. Was Sie bei der Nutzung einer Event-Management-Software bedenken sollten, ist der Zeitaufwand für die Einarbeitung, die Bindung an einen Anbieter und gegebenenfalls die Kosten für kostenpflichtige Veranstaltungen. Als Beispiel für eine Event-Management-Software möchten wir Ihnen die Lösung von Evino vorstellen. Auf den Demoseiten des Anbieters können Sie die Funktionen selbst ausprobieren. Hier können Sie zum Beispiel als Veranstalterin ein Event erstellen. Als Teilnehmerin können Sie sich nun über das Anmeldeformular für eine Veranstaltung anmelden. Nach erfolgter Zahlung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung per E-Mail zugesandt. Wie Sie Anmeldungen online verwalten können, beleuchtet auch der Artikel in unseren Kursressourcen. Wie kann nun die Online-Teilnahme überprüft und bestätigt werden? Lösungen für Teilnahmebestätigungen sind wichtig für die Professionalisierung. Wie bei Präsenzveranstaltungen gilt es sicherzustellen, dass nur jene Teilnehmerinnen eine Bestätigung erhalten, die aktiv an der Veranstaltung teilgenommen haben. Sie haben die Möglichkeit, Teilnahmebestätigungen individuell zu versenden. Hierbei handelt es sich um eine Eigenbaulösung. Sie machen einen Screenshot vom Chat, in dem alle Teilnehmerinnen ihre Namen posten. Oder aber die Teilnehmerinnen erhalten ein Losungswort, mit dem Sie Ihre Teilnahmebestätigung per Mail anfordern können. In diesem Fall versenden Sie die Zertifikate manuell. Der Ablauf ist also mit gängigen Office-Programmen zu bewältigen. Die zweite Möglichkeit bietet der Download via Eventmanagement-Software. Dabei können Sie die bereitgestellten Zertifikate nutzen. Die Teilnehmerinnen können direkt im System eingecheckt werden und können sich eine personalisierte Teilnahmebestätigung herunterladen. Das heißt, die Bestätigungen werden automatisiert im System erstellt und es entsteht kein zusätzlicher Administrationsaufwand. Am Ende Ihres Online-Kurses stellen Sie sich nun vielleicht die Frage, wie Sie von Ihren Teilnehmerinnen Feedback zu Ihrer Veranstaltung einholen können. Im Internet finden Sie zahlreiche kostenlose Umfragetools. Die bekanntesten sind vermutlich Google Forms, SurveyMonkey oder Typeform. Mit diesen Tools können Sie mit relativ wenig Aufwand Fragebögen erstellen. Wenn Sie mehr über Feedback-Tools erfahren möchten, finden Sie diese Info im ebMOOC Plus. Bei der Verwaltung von Anmeldungen und Teilnahmen ist das Thema Datenschutz besonders wichtig. Was im Hinblick darauf zu beachten ist, haben wir bereits im ebMOOC Plus ausführlich erläutert. Mehr dazu finden Sie auch in unseren Kursressourcen. Wir hoffen, dass Sie Ihre Anmeldungen und Teilnahmen mit diesem Wissen nun effizienter verwalten und gestalten können und wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung.